Audio-Kurs Anfänger Lektion 7 Kannst du mir die Aufgabe erklären? Philipp ist glücklich. Er hat eine Freundin. Aber das bedeutet auch, dass er keinen Zeit für seinen deutschen Kurs hatte. Jetzt hat er ein Problem. Er versteht die Grammatik nicht. Verstehen Er versteht die Grammatik nicht. Er fragt Steffen aus seinem deutschen Kurs für Hilfe. Wir hören uns auf ihre Gespräche. Listen carefully to learn how to ask somebody for help or for clarification. Before we listen to the conversation, here are the new words you will need to understand the dialogue. You will hear the English word or a short sentence. Then you will hear the German translation. Afterwards, you have a moment to say the German word or sentence yourself. After the pause, you will hear the German word or sentence once more. Here we go. Los geht's. And how are you? Und wie geht's dir? Und wie geht's dir? To be able to Can Können Können Can you Kannst du Kannst du mir helfen? What's it about? What's the problem? Worum geht's? Worum geht's? Problems with the grammar Probleme mit der Grammatik Probleme mit der Grammatik Difficult Schwer Schwer What exactly? Was genau? Was genau? To show Zeigen Zeigen In the book Im Buch Ich zeige es dir im Buch Ich zeige es dir im Buch To explain Erklären 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 The exercise Die Aufgabe Die Aufgabe Die Aufgabe Can you explain the exercise to me? Kannst du mir die Aufgabe erklären? Kannst du mir die Aufgabe erklären? To give Geben Geben Give me Gib mir Gib mir Give me the book, please Gib mir mal das Buch, bitte Gib mir mal das Buch, bitte The cases A grammatical term Die Fälle Die Fälle It's about the cases Es geht um die Fälle Es geht um die Fälle Es geht um die Fälle I don't understand Das verstehe ich nicht Das verstehe ich nicht What does cases mean? Was heißt die Fälle? Was heißt die Fälle? Another word for Ein anderes Wort für Ein anderes Wort für Zum Beispiel Zum Beispiel Have you forgotten everything? Hast du alles vergessen? Hast du alles vergessen? I hope not Ich hoffe nicht Ich hoffe nicht Hallo, Steffen Hallo, Philipp Wie geht's? Sehr gut Und wie geht's dir? Gut Danke Sag mal Kannst du mir helfen? Na klar Worum geht's? Ich habe Probleme Mit der Grammatik Ja Die Grammatik Ist schwer Was genau Ist das Problem? Moment Ich zeige es dir Im Buch Hier Kannst du mir Die Aufgabe erklären? Hm Gib mir mal das Buch, bitte Aha Ja Das kann ich dir erklären Also Es geht um die Fälle Entschuldigung Das verstehe ich nicht Was heißt die Fälle? Das ist ein anderes Wort Für Kasus Kasus? Was ist das? Zum Beispiel Der Akkusativ Oh je Hast du alles vergessen? Ich hoffe nicht Oh je Philipp hat den Akkusativ vergessen Oh dear Philipp Has forgotten The accusative Can you remember The accusative? It's the case That marks The direct object For example In this sentence Ich schreibe morgen Einen Test I'll write a test Tomorrow The noun Der Test Is masculine Is masculine Is masculine And normally We would say Ein Test A test In this sentence The test Is the direct object Of the verb To write Schreiben So we change So we change the article Heiber den Test That much for repetition Now Steffen Was talking About cases As if there were many And in fact In German We have four cases As nominative Nominative Accusative Dative And genitive In this unit We will study The dative The dative Marks the indirect object In a sentence That contains a verb Like To explain Or to give The indirect object Is the recipient Or the benefactor Of the action Listen to this sentence From the dialogue Kannst du mir Die Aufgabe erklären Can you explain The exercise to me Die Aufgabe Is the direct object And it's in the Akkusativ Who is benefiting From the action I am Can you explain The exercise To me Kannst du mir Die Aufgabe Erklären Mir Is the dative Form of the Personal pronoun Ich The following sentence Is similar Gib mir mal Das Buch Bitte Please give me The book The book Is the direct object And it's in The Akkusativ The recipient However Is again Me Gib mir mal Das Buch Bitte Again We find the Personal pronoun Ich In the dative form Mir Now let's Substitute Me With a noun To see what happens If we put a noun In the dativ Let's take The man Der Mann Gib dem Mann Mal das Buch Bitte Please give the book To the man Gib dem Mann Mal das Buch Bitte Dem Mann To the man The article changes From das To dem So you can remember That for masculine And neuter nouns The article is the same In the dativ It's dem Now here's something strange The feminine article Changes too But it takes on A very familiar form We put into the sentence Die Frau The woman Gib der Frau Mal das Buch Bitte Der Frau To the woman The article of feminine nouns Die Becomes Der In the dativ So superficially It looks like A masculine noun That's why It's important You always learn The article For each noun Otherwise It may become Confusing later on So let's summarize Masculine and neuter articles Become dem In the dativ And the article Of the feminine noun In the dativ Is Der The indefinite articles Are very similar For the masculine And neuter nouns We again have one form Of the indefinite article Namely Einem For the feminine nouns It's Einem Maybe it helps you To highlight That these articles End the same way In each group So compare Dem Einem Ending in M And Der Eine Ending in R Here are some sentences That have a noun In the dativ case Just lean back And listen to them In order to get a feeling For this new structure Philipp Gibt Dem Mann Eine Flasche Wasser Die Lehrerin Erklärt Der Frau Die Grammatik Ich Zeige Dir Mein Buch Now let's make some sentences Using these articles You will hear the beginning Of a sentence As well as two nouns Then you have a moment To decide on the correct articles Of the nouns In this exercise You should always first use The dativ And then The accusativ Okay? Alles klar? Then let's go Los geht's Die Lehrerin erklärt Der Mann Eine Aufgabe Die Lehrerin erklärt dem Mann eine Aufgabe Er gibt Er gibt Die Frau Das Buch Er gibt Der Frau Das Buch Die Lehrerin Erklärt Das Kind Ich zeige Ein Freund Das Foto Ich zeige einem Freund Das Foto Sehr gut Very good If you think that you have heard enough about the dativ now And that any more information might just be confusing Feel free to skip the next track If you are interested in some more details Keep on listening And find out more about the forms of the personal pronouns in the different cases We have seen that the cases do not only affect the articles For example, in the sentence Gib mir mal das Buch, bitte We find the personal pronoun ich in the dative form Mir So, the cases also change the form of the personal pronouns Here is an overview of the singular pronouns and their forms in the accusative and dative I Nominativ Ich Akkusativ Mich Dativ Mir You Nominativ Du Akkusativ Dich Dativ Dir He Nominativ Er Akkusativ Akkusativ Dativ Im She Nominativ Z Akkusativ Z Akkusativ Dativ Ir It Nominativ Es Akkusativ Es Dativ S Im Im Ich Ich Mich Mir Du Dich Dich Er In Im Sie 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 Ihr And Es 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 Im Of course, the plural pronouns have different forms as well. But for the time being, these forms are quite enough, don't you think? Let's practice these forms of the pronouns. You will hear a sentence. Then I will repeat a noun from the sentence. Your job is to replace this noun with a pronoun, in its correct form, of course. After a short pause, you will hear the correct sentence with the pronoun. Die Lehrerin erklärt dem Mann eine Aufgabe. Dem Mann. Die Lehrerin erklärt ihm eine Aufgabe. Er gibt der Frau das Buch. Der Frau. Er gibt ihr das Buch. Die Lehrerin erklärt dem Kind die Grammatik. Dem Kind. Die Lehrerin erklärt ihm die Grammatik. Ich zeige einem Freund das Foto. Einem Freund. Ich zeige ihm ein Foto. Super! Sehr gut! After all this studying, Philip feels it's time to go on a little trip with his friends. Aber wann? But when? It's hard to find a date that suits everybody. Learn how to make arrangements in the following unit. thisbaby gebärs get 0 Vielen Dank. Vielen Dank.